Herzlich Willkommen bei www.shoes-shop.de Herbstwinter 2011-2012 Angesagt sind die Westernstiefel und das Renner, das Westernstiefeletten mit einem gewaschenen Leder Sieht so rustikal aus Stabilen, sehr dicke Sohle Hochfertigem Material Dann haben wir hier nochmal das gleiche gewaschenes Leder Das Scarpotto Das neue Trend 2011-2012 Besuchen Sie uns auf www.shoes-shop.de Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.